Santiano auf der Erfolgswelle Seit ihrem Debüt 2012 wird die Band mit Gold und Platin regelrecht überhäuft. Auch das zweite Album mit den Gezeiten hat es sofort auf Platz 1 geschafft. Jetzt werden die Anker gelichtet. Santiano starten eine gewaltige Tour. Insgesamt stehen über 60 Konzerte auf dem Plan. Kurz vor dem ersten Gig haben wir sie in Palen getroffen. Hallo ihr lieben Santiano-Freunde. Hier seht ihr im Hintergrund, sofern ihr überhaupt irgendwas sehen könnt, weil da ist gerade eine Nebelbombe hochgegangen. So ein bisschen die Bühne schon. Wir sind hier alle zugang. Die ganze Crew ist komplett. Wir sind in den letzten Vorbereitungen für unsere Tour, die jetzt demnächst losgeht. Wir freuen uns alle echt. Ich hätte fast gesagt ein zweites Loch in den Arsch. Leider könnt ihr Donnerstag nicht mehr kommen. Das Ding ist total auserkauft. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr euch woanders einklingt. Das Ding wird richtig fett. Und willst du auch noch was sagen? Nö, alles gesagt. Fucker hoi. Gut gemacht. Verfolgen können sie die Tour in Norddeutschland exklusiv im Tour-Tagebuch auf shz.de. Jeden Tag melden sich Santiano hier selbst mit ganz persönlichen Eindrücken vom Tour-Alltag zu Wort. Wer Santiano live sehen möchte, hat dazu im Norden reichlich Gelegenheit. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gelegenheit in die Unendlichkeit. Gott muss ein Seemann sein. Keiner geht verloren. Keiner geht verloren. Er lässt... Keiner gehtnee. Keiner gehtkey. Keiner gehtぁ. Keiner geht. Wir jungen ein Diagnost worked très overcome. Fass glassиться doch nicht. Alles geht nicht. Doch geht ran.